Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich, dass du dir jetzt wieder die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es ja um Treue und zwar Treue in einer ganz bestimmten Beziehung, nämlich in der Beziehung zu dir selbst. Und ich werde dir drei Gründe aufzählen, warum es so unglaublich wichtig ist, sich immer Ausrufungszeichen, sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu sein. Und wie gesagt, ich habe drei Gründe für dich, warum ich denke, dass das super wichtig ist. Aber wie immer wird es auch ein paar Tipps und Tricks geben, fünf an der Zahl, wie du das dann auch wirklich, ja, für dich üben kannst, praktizieren kannst, falls du es denn noch nicht tust. Genau. Also drei Gründe, fünf Tipps und los geht's, würde ich mal sagen. Ich finde, der erste Grund aus meiner Sicht, der super, super wichtig ist, wieso du dir selbst treu bleiben solltest, also sprich, ja wirklich das tun, denken, fühlen kannst, sollst, willst, was dir entspricht, was dir dienlich ist, womit du dich gut fühlst, womit du glücklich bist und zufrieden bist oder in Frieden bist, so, ist persönliche Integrität und, ja, Selbstrespekt. Denn sich selbst zu zeigen, äh, sich selbst zu zeigen, ja, hat auch was mit zeigen zu tun, sich selbst treu zu bleiben. Das ist ein Zeichen von persönlicher Integrität und Selbstrespekt, denn unterm Strich bedeutet das, dass du für deine eigenen Werte eintrittst, dafür eintrittst, was du dir wünschst, woran du glaubst, was du fühlst, was du denkst, was dir wichtig ist im Leben und nämlich nicht das Leben der anderen fühlst, also sprich eben nicht den Anforderungen oder dich danach ausrichtest, ausrichtest, was andere für Anforderungen oder Erwartungen an dich haben oder vielleicht, vielleicht viel schlimmer noch, was du glaubst, was andere für Anforderungen und Erwartungen an dich haben. Denn ganz oft liegt da schon ein riesiges Gap dazwischen, wir alle, und ich tue das auch, haben manchmal den Irrglauben, dass wir glauben zu wissen, was andere von uns wollen, denn ganz oft ist es gar nicht so. Übrigens kannst du das nur herausfinden, indem du zu dir selber stehst, denn genau in dem Moment, wo du zu dir selber stehst und es wirklich Erwartungen und Anforderungen von anderen Menschen an dich gibt, und jetzt lassen wir nochmal ganz offen, ob die eine wirkliche, wie nennt man das, eine wirkliche Daseinsberechtigung haben und ob du darauf eingehen möchtest, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber in dem Moment, wo du wirklich zu dir stehst, du dir treu bist in dem, was du, wie gesagt, denkst, fühlst und glaubst und haben möchtest, wird sich ganz schnell auftun, was die Anforderungen und Erwartungen der anderen sind. Denn wenn du dir, wenn du wirklich integer bleibst mit dir selbst, wenn du dir selber den Respekt erweist, zu dir zu stehen, dann wirst du erleben, dass du im Einklang mit dir selbst lebst und was dann passiert, ist einfach nur wunderschön, denn dadurch stärkt sich dein Selbstwertgefühl, wenn du merkst, dass du wirklich zu dir stehst, dass du respektvoll mit dir selbst umgehst, dass du dir selbst das wert bist, für dich einzuschrehen, die Dinge zu tun, die dir gut tun, die dir dienlich sind, die dich dahin bringen, wo du hinkommen möchtest, dann wirst du dich selber wertvoller fühlen. Dann wirst du deinen eigenen Wert erkennen. Und das Ganze ist wie so eine Schraube nach oben. In dem Moment, wo du damit anfängst, und das darf in ganz kleinen Schritten sein, zu dir zu stehen, keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, wenn man, das geht mir so, wenn ich früher im Supermarkt gestanden habe, an der Fleischereitheke und Salami bestellt habe, der Klassiker, ich hätte gern 100 Gramm Meilener Salami und die nette Fleischereifachverkäuferin hat schwungvoll Salami auf die Waage gepackt und dann waren es halt mal 130, 140, 150 Gramm und dann die nette Frage, darf es auch ein bisschen mehr sein, was durchaus gut gemeint war, habe ich ganz oft nicht zu mir selber gestanden. Heute muss ich darüber schmunzeln, passiert mir nicht mehr, aber damals war es wirklich so, dass ich aus welchen Gründen auch immer gesagt habe, ja, ja, ist okay, obwohl ich 100 Gramm haben wollte, habe ich ja auch gesagt. Und trotzdem habe ich in solchen, in Anführungsstrichen, heute rückblickend betrachtet, kleinen Momenten mir nicht selbst den Respekt erwiesen, zu mir zu stehen und zu sagen, nein, ich hätte gern 100 Gramm und nicht 150, 130, 120, auch nicht 110 oder 101, ich hätte gern 100 Gramm. Jetzt muss man hier nicht päpstlicher sein als der Papst, das soll nur ein Beispiel sein, wo du vielleicht anfangen kannst, für dich einzustehen. Dir selbst den Respekt zu zeigen, genau das zu tun, zu denken, zu fühlen, was du willst und nicht, was die anderen wollen. Also, ein wichtiger Grund für dich selbst einzustehen, dir selbst treu zu bleiben, ist, wie gesagt, respektvoll mit dir selbst umzugehen, Selbstrespekt zu erzeugen, auszubauen, zu erleben und einfach, ja, für sich einzustehen. Der nächste Grund, warum ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst und authentisch bist, ist genau nämlich diese Authentizität als Ausdruck deiner eigenen Identität. Authentisch zu sein bedeutet, ja, du selbst zu sein und deine wahre Identität auszudrücken. Auszudrücken, zu zeigen, im Innen und im Außen, wie du wirklich bist. Es geht hier wirklich darum, deine eigenen Werte, Überzeugungen und Wünsche zu erkennen, wahrzunehmen und im nächsten Schritt auch sie zu kommunizieren, im Innen und im Außen, dir selber auch einzugehen, also für dich selber wahrzunehmen, dir es auch selber zu sagen, dir selber einzugestehen und dann auch wirklich im Außen es zu kommunizieren und zu vertreten. Also wieder auch hier wieder, dir selbst treu zu bleiben, authentisch zu sein, die Dinge zu tun, die du wirklich tun willst, die Dinge zu denken, die du denken willst und nicht von denen du glaubst, dass andere das, oder dass du es denken solltest, fühlen, ist das genau das Gleiche. Das wirklich schafft Klarheit im Innen und im Außen. Indem du dir selbst treu bleibst, kannst du dann genau das Leben fühlen, was du dir erwünscht, was du dir erträumst, was du auch wirklich verdienst hast. Und hier hilft es wirklich herauszufinden, ja, was ist denn meine Identität, was macht mich aus, was sind meine Werte, was fühle ich, denke ich und glaube ich, was sind meine Bedürfnisse. Und dafür einzustehen wieder, dafür wieder dir treu zu sein, authentisch zu sein, im Außen das zu zeigen, was du im Innen denkst, fühlst, erlebst, glaubst. Und das Gleiche wirklich, das ist mir ganz wichtig, das ist mir so in der Vorbereitung auf diese Folge wirklich aufgefallen, dass der erste Schritt, zu sich selbst zu stehen und sich selbst immer treu zu bleiben, innen anfängt wieder. Nach außen das zu zeigen, ist schon so Advanced Level. Sich selber hinzusetzen oder auch beim Spazierengehen oder wo auch immer und darüber nachzudenken, herauszufinden, authentisch zu sein, ist der Anfang. Aber das kommt schon gleich bei den Tipps, wie geht denn das, genau. Also Authentizität als Ausdruck deiner eigenen Identität ist ein wichtiger Grund, warum du dir wirklich treu sein solltest, weil auch das führt zu dem Leben, was du leben willst und nicht, es führt nicht dazu, dass du das Leben der anderen lebst, von denen du glaubst, dass sie glauben, dass du das leben solltest, eventuell, vielleicht. Genau, und der dritte Grund, warum es echt super wichtig ist, dass du dir immer treu bleibst, sind Beziehungen, ist Vertrauen. Denn indem du dir treu bleibst, indem du dich authentisch zeigst, baust du Vertrauen auf in Beziehungen und zwar auch hier wieder zu der Beziehung zu dir selbst, das ist der Anfang, das ist das Wichtigste und auch zu den Beziehungen, die du im Außen führst, zu deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, deinen Eltern, Freunden, Freundinnen, Mitarbeitern, Kollegen, Kollegen, Vorgesetzten, wem auch immer, überall da, wo du eine Beziehung führst, wird es, werden Beziehungen tiefer, wenn du das möchtest, werden Beziehungen ehrlicher, werden Beziehungen lebendiger, mit mehr Emotionen, mit mehr angenehmen Emotionen. Und wenn du das anfängst, dir selbst treu zu bleiben, authentisch zu sein, wie gesagt, erst mal, die Beziehung zu dir selbst wird besser und wenn du dich selber besser verstehst, du dir selber bewusster wirst, also du mehr Selbstbewusstsein dadurch aufbaust, dass du dir selber treu bist, dadurch entsteht Selbstvertrauen. Du lernst dir selber zu vertrauen, du kannst, glaube ich, also so geht es mir, ich vertraue Menschen, wo ich weiß, woran ich bin. Ich vertraue Menschen, die mir gegenüber und sich selber gegenüber respektvoll sind. Ich vertraue Menschen, die sich selbst treu sind, die auch mir treu sind in einer Beziehung. Ich vertraue Menschen, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die, ja, wie gesagt, authentisch sind. Und wenn du das jetzt alles nimmst und sagst, hey, und so ein Mensch bin ich auch, dann wird das dein Selbstvertrauen stärken, weil du dir selber trauen kannst, weil du ehrlich bist mit dir selber, weil du aufrichtig bist mit dir selber, weil du authentisch bist, weil du weißt, was da drin los ist. Und genau durch diese Offenheit, dich wirklich zu zeigen, wie du wirklich bist, deine wahre Persönlichkeit zu zeigen, kannst du tiefere Beziehungen aufbauen, kannst du bedeutsamere Beziehungen aufbauen, kannst du nachhaltige Beziehungen aufbauen mit dir selbst und aber auch mit anderen. Und genau das fördert deine Selbstakzeptanz, dass du dich selber besser akzeptieren kannst, genau so wie du bist mit all den Macken, ich nenne es ja Special Effects, mit all den Fehlern, in Anführungsstrichen, die du hast, mit all den Fähigkeiten, Stärken, Schwächen, mit all dem, so wie du bist. Und genau das fördert das Verständnis zu dir selber oder mit dir selber und aber auch mit anderen Menschen. Und Beziehungen werden hier wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben, genau immer dann, wenn du zu dir stehst, wenn du dir treu bist und wenn du authentisch bist, weil das mögen Menschen. Kannst du für dich selber mal überprüfen, mit wem bist du gerne zusammen, mit wem führst du Beziehungen, wo fühlt es sich gut an. Doch eigentlich immer genau da, wo wir wissen, woran wir sind, wo wir, ich nenne das immer so diesen Kern greifen können, wo Menschen greifbar werden, also ohne, dass du sie anfassen musst. Einfach, wenn du das Gefühl hast, hey, ja, da ist jemand, da weiß ich, woran ich bin. Das schafft übrigens ganz viel Sicherheit. Sicherheit, Vertrauen und so weiter. Genau, also das waren so die drei Gründe, warum ich absolut davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu sein, so zu sein, wie du, wie ich, wie wir wirklich sind. Persönliche Integrität und Selbstrespekt, Authentizität als Ausdruck der eigenen Identität und Beziehungen und Vertrauen. Das sind diese drei Gründe, warum ich denke, dass das so wichtig ist. So, jetzt habe ich wieder schön, ordentlich in der Theorie was rausgelassen. Fühlt sich, glaube ich, auch alles ganz schlüssig an. Wenn nicht, schreib es mir gerne, wenn du da noch ein Fragezeichen hast. Aber wichtig ist mir ja immer, deswegen heißt der Podcast ja auch Versteck, fuck einfach machen und nicht fuck einfach zuhören und mehr Wissen aufbauen und keine Ahnung haben, wie es geht. Sondern jetzt habe ich ein paar Tipps für dich, wie du hier wirklich in die Umsetzung kommen kannst. Kurz und knackig und genau durch Umsetzen machst du neue Erfahrungen. Durch neue Erfahrungen, wenn du sie immer wieder machst, wenn du Dinge immer wieder tust, wird es einfach irgendwann zur Gewohnheit. Und wie cool wäre es denn doch, wenn du eine Gewohnheit hättest, einfach dir immer treu zu bleiben, so zu sein, wie du wirklich bist und sich auch so zu zeigen, wie du wirklich bist. Den Mut zu haben, das zu tun, wonach dir ist. Das heißt nicht, dass du rücksichtlos bist. Das heißt nicht, dass du ein egoistisches Schuljunk-Arschloch wirst. Das heißt nicht, dass du anderen Leuten auf die Füße trittst. Das heißt einfach nur, dass du weißt, wer du wirklich bist. Das heißt, dass du weißt, was du wirklich willst und dass du dafür einstehst. Dass du mutig bist, um rauszugehen und das zu machen, was sich für dich gut anfühlt. Das zu machen, wo du abends mit einem fetten Grinsen im Bett liegst und glücklich und zufrieden einschädigst und dich auf den nächsten Tag freust, wo du dein Ding machen kannst. Darum geht es. Also, wie geht das? Ja, das Erste ganz klar ist, finde heraus, wer du wirklich bist. Du weißt, wenn du diesen Podcast kennst, dass ich mit einem mega Tool arbeite, dem Deep Ocean Persönlichkeitsmodell, das dabei hilft, herauszufinden, wie du wirklich bist. Dafür gibt es den Deep Ocean Persönlichkeitstest, den kannst du bei mir machen. Ein Assessment dauert nicht lange, 15 bis 20 Minuten ungefähr, wo du 100 Fragen beantwortest. Wirklich easy Fragen auch. Und mit dem Testergebnis und dann, indem du das mit mir durchgehst, ein sogenanntes Debriefing machst, wirst du herausfinden, wie du wirklich bist. Was heißt das? Das heißt, es wird dir erklären, warum manche Dinge dir unglaublich leicht fallen und manche Dinge überhaupt nicht. Es wird dir erklären, warum du manche Dinge tust, wie fremdgesteuert, fühlt sich das oft an, und warum du manche Dinge nicht tust. Es wird dir aufzeigen, wie deine wahre Persönlichkeit ist und was du dir im Laufe der Jahre an Mustern, an sogenannten Denk- und Verhaltensmustern, Glaubenssätze und so, zugelegt hast. Und das heißt nicht, dass du dich danach total verändern musst. Es ist einfach erstmal nur eine Erklärung. Wie ich immer sage, es ist eine Bedienungsanleitung für dich selber. Und wenn du weißt, wie du wirklich bist, wenn du weißt, was Muster sind, was Glaubenssätze sind, wirst du in der Zukunft viel leichter damit umgehen können, die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. herauszufinden, was dich blockiert, herauszufinden, was dich beflügelt. Also, und dann wirst du nämlich auch genau dir selbst treu sein können. Wenn du einfach weißt, ah, ich habe mich jetzt mal so entspannt zwei, drei Jahrzehnte in mich ganz anders verhalten, als ich wirklich bin. Und genau dann kannst du anfangen, ganz bewusst für dich zu entscheiden, was du denken willst, was du fühlen willst und wie du handeln willst. Und dieses fremdgesteuert sein, wie auf Autopilot zu sein, kannst du dann, wenn du willst, gehen lassen. Oder da, wo es dir dienlich ist, einfach weiterlaufen lassen. Genau, also, wenn dich das interessiert, komm gerne auf mich zu, schau mal auf meiner Webseite unter www.wemheuer.de slash deep-ocean, da findest du alle Infos zu diesem megageilen Assessment. Ich arbeite wirklich in meinen Coachings, auch im Consulting, nur noch mit diesem Modell, weil es eine absolute Abkürzung ist zu den Dingen, die wirklich Veränderungen schaffen, weil es Nachhaltigkeit erzeugt. Und ich bin ein Fan davon, schaust dir gerne an. Die zweite Sache ist, wie du wirklich auch schnell dazu kommst, dir treu zu sein, und zwar immer öfter, immer öfter dir treu zu sein, ist, nimm dir Zeit für dich selbst. Mal ganz ehrlich, so unter uns Pastoren-Töchtern, wann hast du dir das letzte Mal Zeit für dich selbst genommen? Wann hast du dir mal wirklich ganz bewusst dich hingesetzt und hast gesagt, okay, was ist denn da drin los mit mir? Wann hast du das gemacht? Und wenn du jetzt eine Antwort hast, die länger als 24 Stunden her ist, wenn das eine ausnahmemäßig ist, ist das in Ordnung, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du dir ganz regelmäßig Zeit nehmen musst, sollst, um herauszufinden, was ist da drin los mit dir, wo du dich mit dir selber beschäftigen sollst. Denn du kannst ja dir nur selbst treu sein, wenn du weißt, was da los ist. Meine Empfehlung ist, mach das jeden Tag. Nicht stundenlang. Es reicht eine Minute am Anfang, wo du dich vielleicht morgens direkt fragst, hey, was ist da los da drin? Wie geht es mir wirklich? Was brauche ich heute? Mach ein Date mit dir selbst, eine Fahrbredung. Jeden Tag kurz, jede Woche etwas. Gönn dir jede Woche mindestens eine Stunde irgendwo beim Spazierengehen oder keine Ahnung, setz dich irgendwo hin, wo es schön ist und beschäftige dich mit dir selbst. Finde heraus, wie es dir geht. Finde heraus, was du dir wünschst, wovon du träumst. Und einmal im Monat, mach das wirklich länger. Wie so eine Fahrbredung mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Da, in dieser Zeit, und das ist schon mein dritter Tipp, wie es gehen kann, schreib deine Löffelliste. Finde heraus, was du wirklich willst, bevor du den Löffel abgibst. Denn das geht auch viel zu oft im Alltag runter. Und wie willst du auch hier wieder dir treu sein? Wie willst du authentisch sein? Wie willst du deine Wünsche, Träume, Bedürfnisse erfüllen, wenn du gar keine Ahnung hast, was es ist? Zur Löffelliste habe ich auch eine super coole Podcast-Folge mal gemacht. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Ansonsten google einfach, wem heuer Löffelliste. Dann findest du die auf jeden Fall. Und gönn es dir. Nimm dir die Zeit dafür. herauszufinden, wie gesagt, was du tun willst, bevor du irgendwann den Löffel abgibst. Und mal ganz ehrlich, das dürfen wir uns alle bewusst machen, das kann jeden Tag sein. Das Leben ist zu kurz, um zu sagen, ich mach das irgendwann mal. Ich finde irgendwann mal heraus, was ich will. Ich fange irgendwann damit an, mir selbst treu zu sein. Respektvoll mit mir selber umzugehen. Authentisch zu sein. Das vierte ist, folg daraus. Sei mutig und probier dich aus. Mach mal einfach. Fuck einfach machen. Geh raus. Steh zu dir selbst. Sag mal, was du denkst. Sag mal der Fleischerei-Fachverkäuferin, du willst nur die 100 Gramm. Oder sowas ähnliches, was ich vorhin schon erzählt habe, die Geschichte. Darum geht es. Du musst nicht mit dem großen Ding anfangen. Du musst nicht rausgehen und, keine Ahnung, deiner Mutter, deinem Vater schon immer mal was sagen, was du schon immer mal sagen wolltest, was in der Kindheit schiefgelaufen ist. Damit würde ich nicht unbedingt anfangen. Kannst du, musst du aber nicht. Aber mach neue Erfahrungen. Probier nicht mal aus, wie es ist, wenn du zu dir stehst. Mit ganz kleinen Dingen. Und selbst wenn du denkst, boah, das ist ja Pipifax. Ja, mach es trotzdem. Üb dich da drin. Bring dir selber bei, dass nichts wirklich Schlimmes passiert, wenn du zu dir selber stehst. Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, ist genau deswegen. Achte auf dein Umfeld. Such dir ein Umfeld, wo du du selbst sein kannst. Es gibt so Menschen. Du hast mindestens eine Person in deinem Umfeld, wo du so sein kannst, wie du wirklich bist. Das bist du selber. Fang damit an. Fang mit dir selber an und baue das sukzessive aus. Achte auf dein Umfeld. Wenn in deinem Umfeld Menschen sind, wo du das Gefühl hast, die haben so hohe Erwartungen und Anforderungen an dich, die gar nicht zu dir passen. Wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die dich gefühlt erdrücken, die dir immer Tipps geben und Ratschläge geben und dir sagen, wie die Welt ist und wie du dich zu verhalten hast in dieser Welt. Achte darauf, wie viel Zeit du mit diesen Menschen verbringst. Es geht nicht darum, die komplett aus deinem Leben rauszuschupfen. Auch da habe ich mir schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Okay, werde ich auch verlinken. Aber du selbst bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die selber zu sich stehen, die selber respektvoll mit sich umgehen, die sich selbst treu sind, wird es dir selber viel leichter fallen, das auch zu tun. Weil sie es schon tun und es auch damit erkennen, wie wichtig es ist und es auch bei anderen mit Sicherheit zulassen werden. Und geh mal kurz durch, mit wem verbringst du Zeit? Da ist vielleicht schon so ein Mensch, bei dem du dich unglaublich wohlfühlst, weil du nämlich du selbst sein kannst. Und überleg mal, wie oft du vielleicht schon gedacht hast oder auch jemandem gesagt hast, hey, bei dir fühle ich mich wohl. Hier kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Und davon such dir mehr Menschen. Verbringe möglichst viel Zeit mit solchen Menschen. Genau, also mein Fazit. Zusammenfassend würde ich jetzt mal sagen, es ist super wichtig, sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu sein. Die eigene Identität auszudrücken, persönliche Integrität zu wahren, zu leben, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen zu sich selbst, zu anderen Beziehungen. Das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, das eigene Selbstvertrauen zu stärken und einfach dir selbst treu zu bleiben, deinen Werten treu zu bleiben und sie zu leben, deine Überzeugungen zu kennen, zu leben. Und damit am Ende des Tages und darum geht es, ein erfülltes, zufriedenes, glückliches, authentisches Leben zu führen. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du herausfindest, wer du wirklich bist, indem du dir jeden Tag etwas Zeit für dich selbst nimmst, deine Löffelliste schreibst, mutig bist, fuck einfach zu machen und dein Umfeld mal zu sortieren, so würde ich sagen. Also, ich hoffe, da war jetzt was für dich dabei. Denk mal für dich einfach drüber nach, wie oft du dieses Gefühl hast, ich würde jetzt eigentlich gern was ganz anderes tun, aber irgendwie traue ich mich nicht. Wenn du diese Gedanken hast, fang an, dir selbst treu zu sein, treuer zu sein, authentischer zu sein. Weil ganz ehrlich, das ist das, was Menschen mögen. Und wenn du nämlich Angst davor hast, nicht gemocht zu werden und deswegen nicht zu dir stehst, ist das genau der Weg in den Keller. Das ist genau die falsche Denke. Nur wenn du dir selbst treu bist, dann werden Menschen dich mögen. Und ganz ehrlich, kann ich auch kurz noch mal sagen, wir wollen es ja nicht rosa-rot malen hier. Ja, da wird Menschen, das wird Menschen geben, die sagen, was, so bist du? Kurz brech, geh weg. Ja, die wird es geben. Na klar. Du magst doch auch nicht jeden. Du willst auch nicht jeden mögen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das dürfen wir anderen auch zugestehen. Aber du willst doch Menschen in deinem Leben haben, die dich so mögen, so lieben, wie du wirklich bist. Dass du aufhören kannst, dich zu verstellen, dass du aufhören kannst, dich anzustrengen, geliebt zu werden, gemocht zu werden, Anerkennung zu bekommen. Das muss nämlich überhaupt nicht anstrengend sein. Du bist liebenswert, du verdienst Anerkennung, du bist genau richtig so, wie du bist, weil du bist. Ohne, dass du was tust, ohne, dass du Leistung bringst, ohne, dass du versuchst, zu gefallen. Das dürfen wir uns alle immer wieder klar machen, jeden Tag aufs Neue. Und das darf leicht sein. Und es ist leicht. Du brauchst ein bisschen Mut am Anfang. Aber Mut ist wie ein Muskel. Wenn wir das trainieren, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Dann denkst du nicht mehr drüber nach. Wenn die Fleischereifachverkäuferin sagt, ich hätte gerne 150 Gramm, dann sagst du ganz freundlich, nein, danke, ich hätte gerne 100 Gramm, das reicht. Und niemand wird es dir übel nehmen. Genau. Also in diesem Sinne, danke, dass du mir wieder so lange zugehört hast. Ich freue mich, wenn du umsetzt. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Gerne gib mir fünf Sterne, schreib eine Rezension. Und wenn du mehr davon willst, wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein. Beziehungsweise in was Neues von mir, wo es immer einmal die Woche einen kurzen Impuls gibt. Das nennt sich dann Post von Kerstin. Da kriegst du einmal die Woche einen kurzen Impuls von mir, ohne Gedöns, ohne Schnickschnack, ohne Killefits. Auch ohne Werbung. Es geht nur darum, dir einen Impuls zu setzen, um nicht ins Handeln zu bringen. Um dir einen Impuls zu setzen, dass du über das ein oder andere Mal nachdenkst, um dann vielleicht ins Handeln zu kommen, um anders zu fühlen, um Fuck einfach zu machen. Auch da kannst du dich eintragen. Schau einfach auf meiner Website nach. Wenn du es nicht findest, schreib mich an. Kein Thema. Also in diesem Sinne, bleib gesund und munter. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Nächste Woche, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck einfach machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Ich sage danke und bis bald. Tschüss. holes in diesem Sinne,バard kurt mir und bis bald. Und bis bald. Bis bald. Bis bald. N badly. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.